durch diesen Abwehrriegel hindurch zu kommen. Weber Statist, kann immer noch nicht gehen, Hand, der Halbstürmer und Tor. St. John hat das Tor geschossen. In der 23. Spielminute, das erste Tor überhaupt, nach drei Stunden und 23 Minuten Spielzeit, kann man sagen, 0 zu 1, also durch ein Tor von St. John, herausgespielt vom halbrechten Hand, zu einem Augenblick als Weber verletzt bei St. Thompson. Fünf englische Stürmer, drei Kölner Abwehrspieler, Callaghan. Oh, Thompson am Ball vorbeigeschlagen, Millen. Wieder Thompson, Callaghan. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und Tor. Das ist das 2 zu 0, das in Gemeinschaftsarbeit St. John und der rechte Läufer Millen erzielt haben. Das 2 zu 0 in der 37. Minute. St. John und Millen beide zusammen nach wundervoller Torvorarbeit des Rechtsaußen Callaghan. 37. Spielminute und die Engländer führen mit 2 zu 0 gegen zehn Kölner Spieler. Und ich weiß jetzt, was mit Wolfgang Weber los ist, der in der Kabine liegt. Er hat einen Tritt in die Wadenmuskulatur bekommen am rechten Bein. Der Muskel ist im Moment gelähmt und es ist nichts zu machen. Er kann im Augenblick weder stehen noch gehen. Das ist natürlich jetzt Pech für den deutschen Meister, der jetzt also, wie gesagt, nach 37 Spielminuten mit 2 zu 0 zurückliegt. St. John, der halbrechte Hand, St. John, fair und freisturz. Tor! Ein Tor von Thielen. Thielen erwischt das Leder noch. Da kommt Löher. Tor! Das 2 zu 2. Spielführer der einen oder anderen Mannschaft sein und sagen, nun, ich nehme die rote oder die grüne Seite. Wir werden das gleich sehen an der Reaktion. Da sehen Sie Hansi Sturm auf der rechten Seite. Sie sehen den Schiedsrichter in der Mitte. Und nun beginnt das Lose. Das ist eine solche Spannung jetzt hier in dem Stadion. Es hat noch niemand seinen Platz verlassen. So etwas hat es noch selten gegeben. Da ist das losgefallen. Wer springt in die Höhe? Wer ist es? Wer ist es? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer gewinnt? Muss auch das wiederholt werden? Jawohl, es geht nicht. Und Liverpool gewinnt. Und Liverpool ist eine Runde weiter. Sogar das Losen, meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, musste wiederholt werden. Und wenn je eine Mannschaft unglücklich vom Platz gegangen ist, und das werden Sie verstehen.